Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in No2Thumbook und heute mal wieder als Kriminell unterwegs. Nämlich mit dem HD-Mod auf jeden Fall. Mit der realistischen Grafik, die sieht echt nice aus. Kann ich immer nur wieder sagen. Ich würde sagen, wir fangen ja erstmal an hier. Kaufen erstmal eine kleine Sturtausrüst, muss ich sagen. Das kann man nie verkehrt machen, was ich gerade kaufe. Kann man nie was verkehrt machen. G36, Sniper, Fernsteuerung und Bomben. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Da liegt ein Polizist rum. Okay, da wird geschossen beim Krankenhaus. Das ist auch richtig krass, aber lass dich mal schießen. Okay, danke dir Lambo. Lass dich mal schießen. Könnt ihr ja ruhig machen. In der Zeit, wie ich sagen, farmen wir mal Jube oder Bank. Jube, Bank, Jube, Bank. So wie wir hier. Bank ist zu kriminell. Und da schauen wir erstmal, ob wir irgendwas mitnehmen können. Ja, geblitzt gar kein Problem. Okay, steht schon mal keiner. Schon mal ganz gut eigentlich. Das heißt, da sind alle Sachen noch drin. Die meisten auf jeden Fall. Wie ich sagen, ich ziehe mal eine Schutz-Assist. Oh, ich habe kein Leben mehr, ne? Ich muss eben ganz kurz was essen, Leute. No problemo, wie ich sagen. Den Diamant, den lasse ich einfach da. Den verkaufe ich halt meistens eh nie. Weil safe ist der... Oh, ich habe gerade Full-Mode. Oh, ich habe gerade irgendwie Full-Mode. Kann sein. Oh Gott, das Willen, ey. Full-Mode. Ganz eigentlich. Okay. Was, 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 was? Ey, der Penner hier, ne? Du Penner. Böse, böse, böse. Macht der einfach mal Auto kaputt hier, ey. Jetzt habe ich gerade den Full-Screen-Modus angehabt da. Aber, naja, hat sich noch gut gelöst. Wie gesagt, immer, wenn ich irgendeine Sachen zum Penner. Das ist natürlich sarkastisch gemeint. Man, hier tut ich nicht ernst. Ich würde sagen, hier haben wir nichts mehr drin eigentlich. Wir tun mal eben außen die Fenster kaputt machen. Ja, also bis jetzt ist noch keine Polizei da. Nur der eine Polizist, der mir die Reifen kaputt gemacht hat. Das ist nett gewesen, Herr Officer. So, dann nehmen wir auch noch mit hier auf jeden Fall. Polizei kommt anscheinend auch nicht. Krankenwagen kommt auch nicht um den zu retten. Das finde ich in Ordnung. Brauch auch nicht, weil dann habe ich mehr Zeit zum Klauen. Ja, der Zug ist da hinten am Durchfahren. Gar kein Problemo. So, dann nehmen wir auch noch mit hier. Robux, der kriegt heute keine Robux, ne? Weiß Bescheid, Kollege Schnurschu. Junge Dame. So, links, rechts mal gucken. Links, rechts. Aber kommt auch gar keiner hier wirklich nicht. Es interessiert es einfach gar keinen, dass gerade die Wille geplündet wird und einer hier am Boden ist. Obwohl, doch. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Okay, den haben wir auch. Sehr gut. Muss ich mir ganz kurz konzentrieren hier. Na, gar kein Problem. Konzentration. So, mitnehmen hier alles. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Komm, einen Schlag. Komm, mach's noch. Komm, noch einen Schlag. Komm, einen. Pass noch. Ja, sehr gut. Perfekt. Dann nehmen wir das auch noch mit hier, wie ich sagen. Dann haben wir erstmal unseren Raub erfolgreich beendet. Ich lasse euch mal hier liegen, Kollegen. Mein Fahrzeug ist kaputt. Nein, das darf nicht euer Ernst sein. Ihr habt mein Fahrzeug kaputt gemacht. Nein, ne? Was mache ich denn jetzt, Leute? Was mache ich jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, was ich jetzt mache. Gar nichts. Ich weiß es nicht. Ich will mich auf dem anderen Server flüchten. Zumindest einmal reconnecten. Das geht ja auch. Reconnecten hier, ne? Ja, passt schon. Dann, wie ich sagen, verlasse ich mal ganz schnell hier. Jetzt sieht sehr komisch aus, die Sicht. Keine Angst, Leute. Da sind wir auch wieder dann. Zack, zack, zack. Das ging ja schnell eigentlich. So, ich schaue schon tausend Sirenen. Das ist am meisten nie gut. Okay, bei mir ist die Action gerade. Wir sind auf dem anderen Server gejognet, auf jeden Fall. Das ist nicht so... Yo. Hat direkt ein Zass auf mich, oder was? Nur war ich mit Bugatti fahren, Leute. Zehn Polizisten. Okay, das könnte... Das ist ein undercover Polizist. Hab auf jeden Fall gesehen. Der fällt mir noch hinterher. Was ist denn los? Was ist los? Ja, okay, da hat noch ein Polizist. Lieber doch nicht. Ich wollte eigentlich stehen bleiben jetzt und dem mal sagen, was ist los mit dir. Aber jetzt sind zwei Polizisten unter mir. Das ist nicht so toll. Ich wollte mich schneiden, wollen die mich hier? So. Guten Tag. Nein. Nicht hässern hier. Hallo, junge Dame. Achso, 200 bist du hier. Okay, das war gut am Längen irgendwie gut oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe hier auf jeden Fall gar kein Problemo. Dein Kollegen, der weiß nicht, ob ich den habe. Aber ich muss auf jeden Fall meine Weste anziehen hier. Warm. So, und wieso bitte nicht nächstes Mal Kollege, ne? Nicht verfolgen hier. Das ist nicht so nett. So, jetzt will ich sagen. So, haben wir nochmal Juwelier? Komm, wir gehen nochmal Juwelier. Wir sind ja auf dem anderen Service drauf. So, wir gehen nochmal All-In. Äh, All-In einfach. Komm, Krankenwagen. Das ist keine Bedrohung für uns. Ich werde einfach gegen Baum, okay. Kurz lost geworden. So, da schießt einer. Warte, 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 warte. Du schießt nicht auf den, Kollege. Ich treffe einfach gar nicht, ne? Ich treffe überhaupt nicht, Alter. Ich treffe gar nicht, ey. Gehen aber. Das sah so aus, als ich hätte ein Schild getroffen, einfach mal. Okay, den habe ich, den habe ich. Den habe ich, jetzt will der noch hier, der Kollege. Hallo, Junge, da, wo sind sie denn bitte hier? Was ist los? Aussteigen oder was jetzt hier oder nicht? Komm, wir machen eins gegen eins. Komm, trau dich, eins gegen eins. Eins gegen eins. Komm. Hallo? Ja gut, dann halt nicht, also, dann halt nicht, junge Dame. Dann fahre ich weiter hier. Das ist dein Kollege auf jeden Fall. Dein SEK-Kollege. Den haben wir bekommen. Kommt jetzt angefahren oder was? Ich weiß gar nicht. Ich bin auf jeden Fall kaputt. Ja, Dumbo. Dumbo, Junge, dein Name, Alter. Sag ich mal einfach kaputt hier. Dann sage ich dir, Dumbo war das hier einfach. Ich habe gar nicht verkauft, meine Sachen. Egal. Brauche ich eh nicht. Dumbo, nimm alles mit hier. Komm, ich lasse das offen für dich. Alles mit. Gönn dir, Dumbo. Gönn mal Dumbo. Ich muss nicht benutzen, eben ganz kurz. Als Ablenker, komm. Polizist, glaube ich, gerade. Oder steht im Polizist. Der Polizist denkt mich, du bist jetzt der Wanted. Aber ich bin ja nervös eigentlich. Ja, perfekt. Dumbo, jetzt for real hast du richtig gut gemacht. Du warst richtig gute Ablenkung, warst du. Du warst vom Feinsten, ey. Dumbo. Riecht der Ehrenmann. So, perfekt, Leute. Das war echt nice. In der Zeit klauen wir weiter alles hier. Dem Polizist noch mehr bekommen. Ja, Dumbo, da ist halt der Ehrenmann. Da rennt er nochmal. Ja, komm, Dumbo. Nimm alles mit, was du... Ja, komm. Hier, gönn dir. Gönn dir einfach. Gönn dir einfach. Du bist der Ehrenmann hier. Da kommt noch einer. Hier auch alles gönnen. Gönnt euch hier. Hier, ihr macht auch kaputt, Leute. Hier, kaputt machen wir doch immer. Gönnt euch mal richtig hier. Geile Ablenkung, ohne Scheiß. Geile Ablenkung. Alles kaputt machen hier, Leute. Liegt ja noch. Okay, sehr schön. Gönnt euch alles, Leute. Meine lieben Freunde. Meine lieben Crime-Freunde. So, zack. Übrigens, Leute, seit heute ist übrigens ein neuer Merch. Bei mir in Gamefreaks Gruber's Gruppe verfügbar. Könnt ihr gerne mal beitreten, der Gruppe. Ihr könnt auch gerne mal im Discord beitreten. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren und liken. Ihr könnt so viel alles. Black, VW, and Lila, and Red. Ja, genau. Was soll das denn jetzt hier? Ich dachte, er hat einfach alles hier meinen ganzen Namen aus. No, schreibt er. Den müssen wir erstmal neutralisieren hier, den Kollegen. So geht das nicht. Doch. Ich schreibe No. Ja, ja, doch. Alles mitnehmen hier. Oh, lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr es gesehen, Leute? Oder habt ihr es nicht gesehen? Lol. Lol. Lol, was geht jetzt ab, halt hier? Der, okay, der, alter, ich hab. Ich glaube, weil der am lecken war, hab ich richtig Glück gehabt, glaub ich. Der leckt richtig des Todes einfach. Der leckt richtig des Todes. Trifft mich halt auch null, ne? Oh, Sniper unbedingt. Ich muss nachladen. Sniper, Sniper, Sniper. Ja, nice. Wir haben ihn getroffen, Alter. Die Beine haben ihn getroffen. Perfekt, Leute. Perfekt. Er ist direkt einfach Ragequick gemacht. Ja, Wolikowski, Leute. So soll's sein. So soll's sein. So, warte mal. Was habt ihr hier? Den habt ihr auf dem Kopf einfach. Leute, ich muss unbedingt gucken. Das war wirklich knapp. Also, das war richtig, richtig, richtig knapp, Alter. Okay, da kommen die Misspoisei. Ach, das ist der Ford, der uns schon verfolgt hat, glaub ich, oder? Oder was ist das der? Ja, nice. Einfach rausgesprungen. Moment mal, was soll das hier? Ich glaub, der Typ ist neu oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Der SEK liegt immer noch da. Hallo, Hilfe. Nice, Leute. Holt alles hier, holt alles raus, wie was geht. Hier auch kaputt machen, Leute. Ihr macht das richtig gut, ey. Oh ja, ja, komm, macht das, macht das kaputt. Nice, nice, nice. Leute, macht ihr echt gut? Haben wir irgendwas noch hier? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub, wir sind alles durch hier. Habt ihr echt gut gemacht, Leute. Respekt an euch, Respekt. Darf ich sagen, fahr ich mal weiter hier. Polizisten sind noch hier auf dem Server. Keiner mehr. Doch, da ist ein Dealer, Leute. Wir gehen eben kurz alles verkaufen. Wir haben nicht 22 Schmuck. Das ist... Wie viel ist das? Keine Ahnung, was das ist. Wie viel Geld ist das, Leute? Ich hab keine Ahnung. Ich bin total doof gerade. Das ist 500, also sind das 11.000 Euro, ne? Ungefähr, oder 10.000. Also, das lassen wir nicht verspenden, auf jeden Fall. Das ist gewollt. Grilled. Ausdauer ist auch gleich im Arsch. Automaten, den mach ich jetzt zwar nicht kaputt. Jetzt keinen Bock darauf. Dauert zu lange. So, ansonsten, Leute. Das geil ist ja, weil die ganzen Polizisten jetzt beim Juwelier liegen eigentlich. So, und ich hab ja zwei Bomben, ne? Wir machen jetzt was, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Wir parken unser Auto hier hinten jetzt. So, dann rennen wir jetzt zum Bankeingang, nämlich. Okay, ich bin ja los, welchen trinken wir jetzt. Dann rennen wir zum Bankeingang. Und dann rauben wir die Bank, Leute. Und gehen durch den Hintereingang dann raus, wo wir sehen. Weil die fahren alles zum Juwelier, glaube ich, jetzt die ganzen Cops. Weil die alle liegen da. Ich muss Stärkung rufen. Wie viel sind da auch online? 11, okay. Das ist in Ordnung. Das, äh, mit denen nehme ich es auf auf jeden Fall. So, Waffe ist nachgeladen. Perfekto. Zwei Bomben haben wir auf jeden Fall. Dann, wie ich sagen, die erste Sprengung hier. 3, 2, 1, kaboom. Dann, wie ich sagen, nehmen wir das Goldbein mit hier auf jeden Fall. Die Schritte hören. Brauche ich gar nicht Schritte. Das ist ganz gut. So, dann mal, der ist kaputt auch noch hier. Dann lege ich da gleich mal eine Bombe hin. Beim Eingang. Allerdings hier schon mal. Zack. Ich höre Schritte tatsächlich. Ich höre Schritte. Okay, warte mal. Ich höre Schritte. Ich weiß nicht, ob das Polizei oder was ist. Oder was auch immer. Ja, Polizei. Ach, das ist der, der Rage-Crit gemacht hat. Ja, Wolikowski. Schön weggestürmt haben wir den. Macht er nochmal Rage-Crit? Ich weiß nicht, vielleicht. Komm, bang, as soon as possible. Ja, ja, ist klar, Leute. Ist klar. So, dann hol mal deine Verstärkung, muss ich sagen. Deine Unterstützung kannst du ruhig holen. Gar kein Problem. Activity, irgendwas. Labert da irgendwas. Ist wirklich sein RP drin. Oh, da kommt einer angelaufen noch. Okay. Ah, das Feuerwehrmann. Okay, der Feuerwehrmann, da kann er kommen. Mit der Kettensäge, jawohl. Das Kettensäge, jawohl. Machst alle fertig hier. Machst alle fertig, jawohl. Tu die Taschstäbe zersägen, die Eisen. Oh, kommt einer. Ja, nicht getroffen. Sehr gut. Ja, Taschenlampe. Ah, ist ja klar, vom Feinsten auf jeden Fall. So, die Ausbildung von denen möchte ich auch gerne mal haben. Oh. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich hier... Ich habe beleidigt direkt einfach. Was ist das mit ihm? Was geht los mit ihm? Kommt noch ein Polizist mit? Allerdings hat den ganzen Feuerwehrmann hier. Alter, so viele Feuerwehrmann einfach da ganz Zeit. Oh, oh. Muss die rein. Dass die mein Auto nicht kaputt gemacht haben. Nur so teilweise. Okay, ich... Wieso waren da zwei Feuerwehrmann in der Bank drin? Okay, warte mal. Äh. Lass mich durch, junge Dame hier. Okay, wir müssen erst mal flüchten jetzt vom Bankraub. Das war ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Oh, ich glaube, ich habe einen Reifenplatten. Nee, ich habe keine Reifenplatten. Nee, fast. Das war tatsächlich sehr kritisch, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr kritisch gerade. Da kamen gerade zwei Polizisten reingestimmt in der Bank. Aber... Werner war draußen. Aber ich glaube, den einen können wir jetzt, glaube ich, ein bisschen abschütteln. Wir müssen ganz schnell unser Auto reparieren gehen, weil ihr seht selber oben, Leute. Das ist fast kaputt. Der Polizist ist noch ganz gut entfernt. Hier sind auch noch Polizisten. Ist das nicht so toll? Äh... Ach, die sind da. Warte mal, dem Bereich müssen wir helfen. Oder auch nicht helfen. Keine Muni mehr. Oh mein Gott. Ich hatte keine Muni mehr. Tschüss. Tut mir leid, Bered. Ich wollte alles. Ich wollte... Na, okay. Aber eben. So was ist los. Das musst du zumindest versuchen. Der da hinten ist ja, ne? Der andere Polizist ist schon wieder. Ähm... Nee. Nee. Kannst du bitte mal abhauen? Hallo? Du gehörst hier gar nicht hin. Wieso? Was macht ihr da ganzes? Ja, weil mach ihn fertig. Ich will mal hier. Also... Nicht auf mich. Hey, hallo. Wieso geht der auf mich der Crime? Der wollte auf mich schießen. Kann das sein? Ich glaub schon. Der wollte auf mich schießen. Junge, was hab ich dir getan? Crime, Alter. Ich will dir helfen. Junge, das sind einfach voll die Teamer hier. Hundertprozentig, Alter. Hundertprozentig. Jetzt fährt er aber weg. Junge, geh doch... Helf mir doch. Oder was auch immer. Oder mach irgendwas. Aber dann nicht auf mich gehen hier. Geh doch nicht auf mich. Junge, was... Nee, okay. Dann... Nee, dann tschüss. Dann hab ich ab jetzt hier. Kümmer dich doch selber um die Polizisten. Junge, also wenn einer so dreist ist, einfach mit einem Bestschläger. Ich wollte... Ohne... Ungelogen, ich wollte denen einfach helfen gerade. Dann haut der mich einfach mit einem Bestschläger. Dann halt nicht, ey. Dann nicht. Was soll ich sagen? Wir haben keine Muni mehr gleich. Wir müssen eben ganz kurz Muni holen uns. Hier beim... Ah, nee, ist gar kein Dealer mehr, ne? Ist der Dealer auch nicht. Auf so Tankstelle? Nee, das ist so blöd. Ist ja Blade. Auf so Tankstelle. Äh... Haben wir noch irgendwo anders einen? Warum nicht nur einen? Haben wir gar kein mehr? Geht zur Polizei haben wir einen? Das ist auch in Ordnung. Ich soll mich sagen, Leute. Gehen wir eben ganz gut zur Polizei hier. Bräuchte nicht. Bräuchte auch nicht. Okay, passt. Einer da drin. Ach, das ist der eine Typ da, der nicht völlig gemacht hat bei der Bank, glaube ich. So auf mich. Der hat mich ja vorhin beleidigt einfach. Ich glaube, der meinte mich gar nicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Was geht hier ab? Okay, nicht ein Polizist einfach am Boden. Okay, okay, okay. Was soll der das? Keine Ahnung. Sagen wir, gehen wir mal beim Jubilieren, am Abchecken. Aber er ist tatsächlich auch kein Polizist. Kein Polizist. Und alles ist aufgebrochen. Okay, ich brauche irgendwie einen Kampf jetzt, Leute. Irgendwo, irgendwo wo geschossen will ich muss jetzt hin unbedingt. Warte, die Fahrer ist unten. Der Lambo-Fahrer ist interessant. Da ist ein einer. Steht auf dem Auto einfach. Ich muss jetzt ein Battle Royale machen, Leute. Battle Royale. Hier sind noch irgendwo Polizisten. Müssen noch irgendwo sein, oder? Nicht der nicht. Der ist der Vlad. Der arme Vlad. Der ist ein neuer noch. Ganz neuen Auto. Den können wir nicht gehen. Aber wird irgendwo geschossen, die ganze Zeit. Kann es sein. Hinter der Bank oder sowas. Wie Polizisten, wort online. Sieben Stücken. Okay, das ist wenig. Das sage ich nicht. Interweil bin er. Ich werde die ganze Zeit geschossen. Gehst du die ganze Zeit hier hin da? Irgendwie ist die ganze Zeit. Warte mal. Ah ne, es ist doch gar nicht. Das sah nur so aus. Das sah so aus, als wäre ein Undercover-Polizist einfach beim Lila im Stehen. Aber war nicht. War nicht am Stehen. Hilfe. Schreibt der Vlad. Ah, der Vlad. Keine Ahnung. Der war hier. Der Undercover hier. Mit dem will ich es aufnehmen eigentlich. Mit dem. Jawohl. 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 Dann fertig hier. Ah, der Vlad, der soll nicht raushalten. Na bitte. Oh, jetzt habe ich den Vlad ausgeschlossen. Aber der ist in die Schusslinie geraten. Ey, wieso? Was ist mit den Crimes auf diesem Server los, bitte? Was ist mit den Crimes auf diesem Server bitte los? Alter, ey, okay. Ich flipp ab, ey. Ich flipp ab. Ungelogen, ne? Diese Crimes auf diesem Server. Hoffentlich. Ja, mach die fertig. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig alle. Mach die alle fertig, ey. Also eigentlich, ne? Wollt ihr mich auch verhaften bei der Bank. Aber mach alle fertig, ey. Ja, bitte. Bitte, Polizisten. Ja, stürmt die alle. Ja, hoffentlich. Hoffentlich nehmt ihr die alle, hops. Genau, schießt auf die Karre. Mach die richtig kaputt. Jawohl, mach die kaputt da. Jetzt mach die alle fertig. Also sowas ohne Scheiß. Also, ne. Also ich mein, da sind Polizisten. Oh, stirb. Stirb, 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 stirb da hinten. Stirb, stirb. Ja, Hilfe. Nur das, Hilfe bitte. Ja, Ehrenmann. Ehrenmann, Hilfe, Hilfe. Oh nein, es lebt der andere wieder. Oh, ne. Nicht der andere Leben. Boah, den hau ich so, den hau ich so was von kaputt. Gleich in die Lebe, dieses Zau. Sind Zau. Ja, rette mich, rette mich noch ein. Noch ein. Komm, gib mir, gib mir, gib mir. Infusion. Infusion, komm, komm, komm. Jawohl. Oh, dich mach ich fertig jetzt, Alter. Wenn ich das schaffe. Wenn ich das schaffe, mach ich direkt fertig, ey. Ja, ich hab ihn fertig gemacht. Egal, ich bin zwar selber tot, aber egal. Ich hab ihn auch mitbekommen. Hauptsache, da kommt ein Knast rein. Hauptsache, da kommt ein Knast rein. Ohne Mist. Es wird total egal, ob ich auch in den Knast reinkomme oder nicht. Jawohl, hilf mir. Jawohl. JLX32123. Richtiger Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann ist das. Aber ein richtiger... Ah, ich festnehme bitte. Jetzt schießen die meinen Bugatti kaputt. Oh, nö. Jetzt nehmen die mich fest, oder was? Oh, nö. Killer King. Oh, Mann. Egal, Hauptsache, ich hab den anderen festgenommen, Leute. Und der andere ist dahinten auch am Stehen. Das passt schon ganz... Oh, lol. Warte mal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich muss weg hier. Tschüss, Leute. Tschüss. Winke, winke. Oh, nein. Stopp sich. Nicht gut. Oh, mein Gott. Noch besser, nicht schlechter. Was? Egal. Ich check grad da nicht mehr. Leute, hier geht ganz schnell zu denen. Hier, komm schnell zu mir. Du musst die Polizisten zu inlocken hier. Du willst den Notruf absetzen. Crime, schwemme hier. Crime. So, zack. Jetzt... Aber nicht hinterherfahren. Nicht hinterherfahren. Jawohl, mach ihn. Nein! Wieso? Komm, ich hab einen Bugatti. Denkst du wirklich, du kannst mich wirklich jagen? Jetzt mal ernst. Wenn ich wirklich drauf anlege, dann schaffst du mich niemals zu bekommen. Niemals im Leben. Gönn dir doch lieber den Crime da, der da einfach so halbtot ist. Gönn dir lieber doch den. Okay, das ist auch nicht zu gebrauchen hier, ne? Nicht zu gebrauchen. Aber egal. Auf jeden Fall, ne? Wenn das, wie du siehst, Notarzt, äh, Mann, ne? Ehrenmann auf jeden Fall bist du. Ein Ehrenmann. Ein richtiger Ehrenmann bist du. Polizei liegt auch da? Warte mal, warte mal, warte mal. Wollte mich ja vorhin festnehmen, Polizei da, ne? Ey. Jawohl. Schönen Handy kassiert hat er. So, Leute, ich würd sagen... Oh, nein, das ist mein Erzfall. Okay, warte mal, warte, 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 warte. Warte mal, dich hole ich. Dich hole ich, Alter. Dich hole ich. Also, was von... Da ist er, da ist er, da ist er. Ja! Dich hab ich geholt, ey. Ja, das kann ich auch machen. Das kann ich auch machen, ey. Also, die eigenen Crimes einfach abzuschießen. Ich will eigentlich Polizei hinlocken hier, ne? Das Problem ist, ich glaub, die Polizei kommt hier nicht hin, oder? Oh doch, da kommt der, da doch. Komm hier, komm mit. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm, 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 komm. Hier, 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 hier. Kommt, Leute, komm, 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 komm. Ich steck fest! Nein! Ja, komm, 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 komm. Ja, komm, komm, komm. Komm, ja, komm, Polizei, komm. Hier, hier, nimm den fest. Hier, komm, ja. Komm, hier, schnell, komm. Hier, komm, komm, hier, alle, hier. Ich schieße extra hier auf euch. Kommt hier, komm zu den... Und nehmt den direkt fest, den Kollegen. Hier, diese Sauve Top 1, Alter. Direkt festnehmen. Direkt. Jawohl, okay, sehr gut. Die Blinden sind hier jetzt. Komm, aussteigen bitte jetzt hier. Steck einfach aus, hier liegt einer. Hier, komm, nimm den hier, den Kollegen. Hier, warte mal. Hier, den hier, siehst du den? Hier, hier, den festnehmen die, den Kollegen hier. Auf dem Boden. Da kommen zwei Leute raus. Nicht tasern, bitte. So, jetzt. Ich hoffe, die haben den Crime gesehen da jetzt. Ich hoffe, die haben den Crime gesehen. Oh, ne, die verfolgen mich. Okay, Leute, dann wollt ihr... Wenn ich es nicht anders wollte, dann okay. Dann kommt her. Kommt doch alle her, hier. Wenn man ganze Munition auf der Leer gleich hier, ey. So, zwei Platten hinten, ne? Was machst du jetzt? Naja, erstmal flüchten, ne? Jetzt verfolge ich dich mal. Jetzt reicht es langsamer. Ich weiß, ich zeig dir extra ein Crime, den du festnehmen sollst. Und dann flüchtest du einfach da was. Du bleibst jetzt mal schön hier. So, du da oben kommst da ganz schnell runter erstmal. Ich treffe gar nicht, ne? Ich bin überhaupt gar nichts am Treffen. Einfach stehen geblieben hier. Hier haut keiner ab vor mir. Bleib mal schön stehen jetzt hier. Es reicht langsam hier. Es reicht. Mach die Karre im Arsch. Okay, die Karre ist, glaube ich, kaputt. Jetzt, glaube ich. Die fährt gar nicht mehr. Aber wenn du aussteigst, dann bist du direkt... Dann haben wir dich. Komm, steig aus. Steig aus. Ja, komm, steig aus. Oh, oh. Nix gut. Nix gut. Diese Verstärkung ist da. Verstärkung ist da. Ich würde mich umfahren, der Kollege, der Bray. Soll das jetzt werden? Vitamine. Wenn das echte Vitamine war, ne? War der wohl nicht. Aber der hat genau den gleichen Skin einfach, ne? Ich glaube, das war der nicht, der echte, ne? Ne, war der nicht. Ich bin ein Fan. Der Beste. GG. Aber ein Fan, das ist nice. Danke auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall. So, ach so, guck mal. Guck dir den mal an, den Kollegen hier. Er möchte hier aber wirklich einen Sniper abholen, die Sniper, ne? Komm, bleib jetzt hier. Du bleibst hier, Kollege. Ja, du haust... Oh, hinter mir. Okay. Jetzt reicht es langsam hier. Einmal getroffen. Energy muss ich trinken. Ich muss Energy trinken. Jetzt vergass ich abholen wieder, ne? Oder was? Bleib mal schön hier, Kollege. So, wenn du gleich wegfährst, Kollege, dann weißt Bescheid, ne? My G, help me. Ja, ich probier's. Ich probier's, Kollege. Jawohl. Oh, oh. Nein! Doch, wir haben ihn. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall. Jetzt ist der andere, der Vitamine. Okay, warte mal, Kollege. Du darfst aber auch nicht hier. Come on, G. Aber was soll ich machen jetzt mit dir? Was soll ich machen mit dir? Keine Ahnung, Alter. Abschleppen die Karre. Keine Ahnung. Ich muss erst mal mein Auto hier irgendwie zur Seite schieben hier. So, irgendwie so. Der nächste Polizist ist einfach. Get me out, please. Aber wie? Ich kann das halt nicht. Warte mal, der Polizist hier, ne? Bleib mal schön hier, Kollege. Game Freaks, komm. Ja, ich mach dir das mal. Ich freu mich im Get me. Ich kann's leider nicht machen. Ich krieg dich da nicht raus, Kollege. Tut mir echt leid. Break the car. Ja, ich kann's nicht machen. Obwohl, doch. Kann ich doch machen. Ne, der ist tot. Geht da gar nicht. Geht gar nicht. Ist tot. Ich kann nicht keinen Schaden machen. Tut mir leid. Ich kann nicht explodieren bringen, aber tut mir sehr leid. Ich kann da nix machen. Na gut, zumindest zur Seite haben wir geschleudert. Leute, ich will aber langsam sagen, genug Action für heute. Wir wurden tatsächlich nicht festgenommen, obwohl wir daraus angelegt haben. War am Ende doch echt krass Action, muss ich sagen. Wir verkaufen jetzt erstmal alles. Wir sind bei 2,79 Millionen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein. Und lasst ein Like und Abbekanal.